Kompakt. Papa, Papa, bitte den hier. Wie sagten Sie heißt der? Ramses, ist das nicht ein hübscher Name? Wie heißt du? Stoppeter, beiden, zwei, zusammen. Gehst du schon zu schuld? Vera? Wo sind denn deine Eltern verknallt? Oh. Mischa, wie oft habe ich dir gesagt, du sollst nicht mit anderen Leuten reden. Was hast du dieser Frau gesagt? Nichts. Was hast du so? Was hast du? Was hast du? Was hast du? Was hast du? Und wollte genau das. Ich saß mit meiner Schwester im Musical-Raum und hab sich das angeguckt. Du schmerzt dich das nicht so, dass du da nicht auf der Bühne stehst und das machst? Das war für mich das Größte. Ich mag auch, wenn man das nicht denkt, komediantische Rollen sehr. Ich liebe den Klamauk. Ich hätte auch gerne Nackte Kanone gemacht. Das darf man wahrscheinlich nicht offen zugeben, aber ich finde Nackte Kanone in jedem Teil super.